Oh, hast du eine Zigarette, eh? Grazie. Eine sehr gute Zigarette. Sieh dir diese Männer an. Die sind alle von zu Hause weg und wollen Helden werden. Deshalb bin ich auch weg. Weißt du, warum ich ein Held werden will? Dann heirate ich meine Anna. Sie ist meine Verlobte. Aber das hältst du keine mehr. Das ist ein Geheimnis zwischen dir und mir. Wir sind Freunde. Annas Familie, die Eltern, die wollen mich nicht. Sie sagen, ich ihnen habe nichts. Aber denen werde ich es zeigen. Eines Tages kommt Guedo wieder nach Hause. Und dann trage ich Orden an der Brust und die Kapelle spielt. Dann werden sie sagen, Guedo Rossetti ist gut genug für unsere Anna. Hey, willst du ein Bild sehen? Guck mal hier. Gebell, ey? Ich bin der glücklichste Mann auf der Welt. Alle! Bewegt euch! Na los! Bewegt euch! Alles antreten! Antreten, habe ich gesagt! In einer Reihe! Na los! Wirkt bald! Macht schon! Macht schon! Bewegung! Alles in einer Reihe aufstellen! Den Rücken gerade! Ihr seid Männer, keine Hunde! Du da, stell dich in die Reihe! Ein bisschen zackig! Ich dachte, den Scheiß hätte ich in Amerika hinter mir gelassen. Was glaubst du, wo du hier bist, Neger? Du hast nur zu sprechen, wenn man dich anspricht. Verstanden! Ja, Sir. Stellgestanden! Ich verstehe besser, als du denkst. Mund halten! Was glotzt du mich so an? Ich hab gesagt, Mund halten! Au полen! Ey. Our an die Seite! Liu! ... ... Untertitelung des ZDF, 2020